Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ja, wir möchten euch wieder aktuelle Lauftextilien vorstellen. Und hier habe ich für euch aus der Adizero Serie von Adidas das Kurzarm-Shirt. Die Adizero Serie richtet sich ja eher an ambitionierte Läufer und auch an Wettkampfläufer. Durch das angewendete Formotion-Konzept ist das Shirt sehr leicht, sehr sportlich im Schnitt und garantiert viel Bewegungsfreiheit. Für die nötige Atmungsaktivität sorgen zwei große Mesh-Einsätze im Schulterbereich. Hier auf der Rückseite sehen wir nochmal sehr schön die sehr flach gehaltenen Nähte, die auch sehr stark an die Körperanatomie angepasst sind, sowie die große Belüftungsfläche. Ja, wer sich für das Shirt aus der Adizero Serie interessiert, der geht in eine unserer Runners Point Filialen oder schaut nach unter www.runnerspoint.com.